Herzlich Willkommen zu diesem Web-Video über Johannes Füssel präsentiert Bars mit Flaggen und wie man sie in DaVinci Resolve bzw. Fusion erstellt. Bars und Information sind die zwei Seiten dieses Videopodcasts. Es gibt aber noch eine dritte und das ist ein Preset-File, was ich dir unten verlinkt habe, wo du Assets findest und das, was wir gleich machen werden, nochmal mit Beschreibung und so weiter. Also falls du irgendwann lost bist, schau da rein. Ich habe hier in DaVinci Resolve schon mal eine Fusion-Komposition reingezogen und damit gehe ich rein. Dann kann ich mir aus meinem Media Pool oder einfach aus meinem Ordner ein Bild hier reinziehen, was ich als Flagge nehmen will. Als nächstes suchen wir uns hier oben eine Imageplane raus, dann eine Merge 3D, dann ein Render 3D. Einfach so der Reihe nach reinklicken und dann ziehen wir uns dann hier noch eine Kamera 3D rein und verbinden das hier. Das ist das Standard 3D-Setup, was ich dir da oben schon mal in der Playlist erklärt habe, falls du noch mehr Input zum Thema 3D in DaVinci Resolve und Fusion brauchst. Gerade wenn du Anfänger bist, würde ich dir das empfehlen nachher mal anzugucken. Ich verlinke dir die Playlist auch am Ende im Endscreen. Aber jetzt erst mal weiter. Mit diesem Basic Setup, was ich mir schon in 3D anschauen kann, möchte ich meine Kamera anklicken und die Kamera einmal nach hinten ziehen und ein bisschen Gap lassen, sodass ich nachher, wenn sich die Flagge bewegt, auch Raum habe und diese nicht abgeschnitten wird. Dann muss ich nur noch mein Media End in die Imageplane ziehen und voila, ich habe bereits meine Flagge. Und wenn es bei dir anders aussieht, zum Beispiel so, dann hast du hier oben ein Switch, wo du dir das Ganze schon mit Lighting und Shadows anschauen kannst. Aber apropos Lighting und Shadows, ich hole mir mal hier noch ein Spotlight mit rein und verbinde das in meine Merge 3D. Und das Spotlight ziehe ich auch zurück, schiebe es nach oben und kann hier unter Transform Use Target anwählen, damit es immer auf die Mitte scheint, da wo meine Flagge ist. Okay, kommen wir kurz zur Theorie hinter Flaggenanimationen in DaVinci Resolve. DaVinci Resolve oder Fusion haben keine Cloth Simulation, die ich dir auch noch später zeigen werde. Deswegen nutzen wir hier etwas, was eine Displacement-Methode ist, die schon ewig im 3D-Raum existiert, und zwar Displace 3D. Wir haben jetzt also eine Ebene in 3D und die können wir lokal verschieben, indem wir uns ganz einfach mit Shift Space eine Displace 3D-Methode hier reinziehen und die hier nach der Imageplane verbinden. Und wenn wir uns das jetzt angucken und egal welches Scale wir hier einstellen, da passiert noch nichts. Und das liegt daran, dass die Imageplane immer einen Bildinput braucht. Und zu Demonstrationszwecke suche ich mir hier meinen Background raus und stelle den auf Gradient. Und damit habe ich einen schwarz-weißen Gradient. Und wenn ich den jetzt hier einfüge, dann seht ihr, wird meine Textur oder meine Flagge verzogen. Und ich kann jetzt die Textur bestimmen, die ich haben will. Wichtig ist, dass diese Textur 32-Bit-Float hat, also hier unter Image. Schau immer, dass deine Depth auf 32-Bit-Float steht. Cool. Ich denke, ich habe etwas gelernt. Und wenn du jetzt etwas nicht-Lineares haben willst, wie mal ein Background, dann kannst du ganz einfach stattdessen eine Fast Noise mit reinnehmen und die da reinballern. Und wenn ich die Fast Noise hier im Center bewege, dann sieht das schon so aus wie eine Flagge in etwa. Wir haben allerdings ein großes Problem. Und das ist die Qualität meiner Imageplane. Und die sieht einfach nur bläh aus. Und deswegen gehe ich in den Imageplane und erhöhe die Subdivisions erstmal auf 150, damit das smoother aussieht als vorher. Und wenn ihr es haben wollt, dass eine Seite nicht betroffen ist, also wie wirklich fixed aussieht, euch ein Rectangle reinholen, dieses Rectangle auf Invert stellen, das Rectangle an eine Seite bringen und das Ganze hier mit der Fast Noise verbinden. Und du siehst, damit wird das Displacement abgeschnitten. Und jetzt kann ich das Rectangle und das Soft Edge einfach noch aussmoven. Was ich natürlich auch machen kann, ich kann hier im Displacement die Scale runternehmen, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Und wenn ich das jetzt animiert haben will, dann gehe ich einfach in die Fast Noise, gehe unter Noise, setze am Anfang einen Keyframe beim Center, gehe ein paar Schritte nach vorne, setze das Ganze zur Seite und kann jetzt mir die Splines aufmachen unter Displacement, die Keyframes anwählen und dann mit Rechtsklick Set Loop und dann Relative einstellen. Und damit geht das Ganze für immer weiter. Und wenn ihr wie bei mir hier die Geschwindigkeit anpassen wollt, dann könnt ihr einfach den Keyframe für das Displacement weiter zur Seite ziehen und das damit halt langsamer machen lassen. Okay, wenn wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr Leben geben wollen, dann können wir folgendes machen. Wir suchen uns mit Shift Space eine Band 3D Note raus, stellen diese unter Axis auf X, setzen das Center ganz an die linke Seite unseres 3D Objekts und können jetzt die Diamount beeinflussen, indem wir das immer ganz leicht wickeln lassen. Und das können wir mehr oder weniger super easy tun, indem wir mit Rechtsklick Modify With und dann Perturb auswählen. Und in dem Perturb Modifier, den wir dann bekommen haben, können wir jetzt die Strength Way runternehmen, also wirklich ganz klein, so 004 oder sowas nehmen und damit haben wir einen leichten Wiggle und die Speed können wir natürlich hochnehmen. Und damit haben wir eine Flagge, die super easy in alles Mögliche einzubinden ist. Aber diese Flagge sieht nicht gut aus. Und deswegen würde ich dir eigentlich empfehlen, Flaggen nicht über die Displacement-Methode zu machen, sondern über richtige Cloth-Simulation, die DaVinci Resolve nicht kann, aber Blender, was auch kostenlos ist. Und du fragst dich jetzt vielleicht, Wieso schwenken sie eine weiße Fahne? Ich kapituliere! Keine Sorge, du musst nicht aufgeben, wenn du keinen Bock hast, Blender zu lernen, denn ich habe dir bereits Pre-Made Assets für dich erstellt. Und die kannst du dir unten in der Beschreibung runterladen, zusammen mit dem Trainingspfeil, mit all dem, was wir gerade eben schon gemacht haben. Und ich zeige dir, wie du diese Cloth-Simulations aus Blender in DaVinci Resolve bekommst. In Fusion kann ich solche Lambic Scenes importieren, indem ich auf Fusion gehe, Import und dann Lambic Scene. Und dann siehst du, hast du hier Flaggen. Ich hole mir mal jetzt hier Flagge 5, Import. Und dann möchte ich hier meine Resampling Rate richtig einstellen. Also das ist ja deine Frames per Second. Ich habe hier eine Framerate von 25. Und je höher dieser Wert ist Resampling Rate, umso langsamer bewegt sich deine Flagge. Je niedriger der Wert ist, umso schneller bewegt sich deine Flagge. Und dann bekomme ich hier eine Plane und eine Transform. Und wenn ich mir das angucke, dann habe ich hier meine Flagge, wie sie in Wind weht. Und dann muss ich eigentlich nichts anderes tun, als mein Media-In mit der Flagge zu verbinden. Und bam, there you have it. Und oh mein Gott, das sieht ja aus wie so ein ganz schlechtes Palettenkleid. Und das liegt daran, dass wir die Normals und die Tangenten, die für die Lichtberechnungen hier zuständig sind, noch nicht gesmoothed haben. Und das machen wir, indem wir hinter der Transform, oder vor der Transform, ist eigentlich egal, mit Shift-Space eine Replace-Normal-Node reinholen. Replace-Normals, die hier einfügen. Und damit wird das besser kalkuliert. Und wenn das immer noch nicht geil aussieht, dann stellt ihr einfach den Smoothing-Angle auf einen absurd hohlen Wert, wie zum Beispiel 270. Und damit wird schon viel, viel mehr gesmoothed. Und das Ganze sieht auch viel besser aus, als meine Displacement-Methode, oder? Und das, was mir hier in diesem Fall noch fehlt, ist Licht in der Szene. Also verbinde ich das mit meinem Original-Renderer. Und wenn ich mir das jetzt in meinem Render 3D angucke, dann habe ich noch kein Licht. Und das liegt daran, dass wir im Render 3D noch Folgendes einstellen wollen. Wir wollen den erst mal auf OpenGL stellen, weil der um Längen schneller ist. Und dann möchten wir noch Light und Shadows aktivieren. Ein was müssen wir allerdings noch fixen. Und das sind diese ollen, hellen Streifen, die einfach aussehen wie Plastik. Und dazu gehe ich einfach in die Pläne selber unter Material und stelle unter Specular die Intensity einfach weiter nach unten. Und damit sieht das Ganze nicht so plastikmäßig aus. Und falls du noch mal langsam nachvollziehen willst, was wir jetzt hier gemacht haben, schau dir diese Playlist an, die dir erklärt, wie 3D in Fusion überhaupt funktioniert. Ach so, und denk dran, den Render 3D mit dem Media Out zu verbinden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, Kameramagier. Ciao.